Die Wettershow Die Temperaturen gehen nach oben, in Salzburg bereits 16 Grad, so wie auch in Linz und Zwettl. In Graz bekommt es 17 Grad, 18 Grad in Wien und Lienz, 90 Grad in Bregenz, so wie auch in Klagenfurt und in Lietzen. Und wir sehen auch, es geht insgesamt sehr sonnig am heutigen Tag zu. Das sollten Sie unbedingt auskosten, denn am Freitag kommt sowohl im Osten als auch im Westen der Regen zurück.